Zwei Personen, Ferienwohnung in Heiligenhafen. Über den Flur mit der Garderobe geht es linksrum ins Duschbad. Hereinspaziert in den großzügigen Wohn-, Ess- und Schlafbereich. Hier sehen wir die Küchenzeile mit Kühl- und Gefrierschrank. Hier kommen wir auf die Sonnenterrasse mit Wind- und Sichtschutz. Noch einmal ein Überblick von der traumhaften Einzimmerferienwohnung. Die hochwertige Polstergarnitur lädt zum Verweilen ein. Der größteuttajl ist vielleicht los, in sich weißt, nicht ausgesыс 돌ügel! Der größteли öfter Basis hat Park gehen also irgendwie die eaten Jinch- charger. dass die vier persecuted und dann super fehlte. Die Auszeichnung待って ja die Schlafreicher. Vielen Dank.